Hey! 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 Es ist eine riesige Vorfreude. Ich meine, für manche Jungs ist das ein Sprung von der Vierten in die erste Liga innerhalb von zwei Jahren. Oder teilweise in einem, ja. Aber die Vorfreude ist riesig. Für manche geht eine Traumerfüllung oder für jeden von uns. Das hätten sich die wenigsten zu träumen erwagt, mal in der Bundesliga spielen zu können. Wenn du zum SC Paderborn gehst, hast du nicht die Erwartung, vielleicht mal Bundesliga zu spielen. Aber das sind die Aufstiege, die musst du feiern und musst alles mitnehmen. Aufsaugen, Emotionen, das haben wir alles gestern Abend schon erlebt. Und ich glaube, da machen wir heute Abend direkt weiter. Wir sind ein Rundfunk. 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 Vielen Dank.